hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video hier auf meinem kanal schön dass ihr wieder mit dabei seid ich hatte vor ein paar tagen einen fragesticker in meiner insta story bei dem ich gebeten habe mir themen zu nennen zu denen ihr meine meinung hören wollt das habt ihr auch ganz ganz fleißig getan vielen vielen dank und ich habe mir natürlich wie immer alles gescreenshottet und habe mir dann ich habe heute sind elf themen rausgesucht also es waren einige mehr als elf kann ich euch schon mal sagen und dann wird es wahrscheinlich noch ein zweites oder ein drittes video geben aber ich habe mir jetzt mal elf themen rausgepickt die ich für sehr interessant empfunden habe einige fragen haben sich natürlich so ein bisschen geähnelt und ich habe da einfach so ein überbegriff dann drüber gemacht außerdem möchte ich natürlich sagen dass alles was gleich aus diesem mund kommt meine persönliche meinung ist also wenn ihr zu irgendeinem thema eine andere meinung habt dann ist das völlig legitim völlig in ordnung es wäre eher fragwürdig wenn jeder bei jedem thema der gleichen meinung wäre wie ich das fände ich sehr sehr creepy aber dafür sind wir ja auch hier dass wir über themen reden können dass wir über themen diskutieren können also wenn ihr zu irgendetwas eine andere meinung habt dann schreibt mir das gerne in die kommentare ich bin da völlig offen für solange es sich einfach in einem respektablen rahmen bewegt so viel dazu ich würde sagen wir starten auch direkt mit der ersten thematik die da lautet was hältst du von mängelexemplaren ja von mängelexemplaren halte ich eigentlich relativ viel weil ich ein fan davon bin nicht direkt dinge wegzuwerfen wenn sie ein bisschen kaputt sind sei das jetzt materielle dinge oder seien das zwischenmenschliche dinge kann man auf beides projizieren und weil ich denke dass auch kaputte dinge noch eine zweite chance verdient haben und weil ich ein kleiner sparfuß bin und mir denke warum soll ich für etwas wo nur eine menge exemplar stempel drauf ist und vielleicht auf buchrücken irgendein kratzer drauf ist warum soll ich das im regal liegen lassen wenn ich doch das buch eigentlich haben möchte und dabei noch geld sparen das einzige womit ich tatsächlich nicht leben kann und das ist mal wieder meine sonderausnahme sind leserinnen die mag ich einfach nicht da kann ich nicht drauf das ist einfach das was man im regal sieht und deshalb kriege ich da was zu viel wenn da leserinnen natürlich gibt es in meinem regal bei den ganzen büchern ich glaube mittlerweile sind es ja über 400 bücher gibt es da auch hier und da ein buch das mängelexemplar ist und eine leserille hat die hatte ich dann halt von riebeil oder von arvel und co ich gehe da jetzt nicht hin und sortiere die aus nur weil sie diese leserille haben ich glaube die lücke im regal würde mich dann doch noch mehr stören ja mein monk ist etwas seltsam aber wir koexistieren schon seit über 30 jahren miteinander und wir sind fein miteinander kommen wir zur nächsten thematik die da heißt was denkst du über ebooks ich persönlich mag ebooks ich finde das ist eine sehr gute alternative zu büchern natürlich wenn ich die wahl habe wird immer das print exemplar gewinnen weil ich es einfach liebe durch seiten zu blättern weil ich es liebe wie bücher riechen ich bin so komisch das video wird wahrscheinlich den titel tragen creep fragen oder ich zeige euch wie creepy ich bin eigentlich keine ahnung ich finde es einfach schön abends in meinem lesersessel zu sitzen ein buch auf dem schoß zu haben und darin blättern zu können und auch immer zu sehen wie weit ich im buch schon bin irgendwie motiviert das auch wenn man weiß okay es ist jetzt nur noch so ein müh das lese ich jetzt heute einfach noch und gut ist aber ich muss auch den ebooks die stange halten ich finde es halt zum beispiel gerade wenn man viel unterwegs ist praktisch ein ebook wieder zu haben oder halt auch ein handy auf dem ebooks lesbar sind gibt es jetzt diese tolle kindle app und ich habe persönlich auch ein kindle zu hause aber den schleppe ich halt auch nicht überall mit hin und wenn ich dann zum beispiel auf der arbeit bin und muss dann irgendwie in der mittagspause nirgendwo hin muss nichts essen etc dann lese ich halt auch mal ein bisschen in meinem ebook weiter und da finde ich es dann gut dass ich das auch immer auf dem handy machen kann und nicht immer mein kindle dabei haben muss und dann gibt es zum beispiel auch bücher die so extrem dick sind ich kann euch jetzt gerade mal eins zeigen dass ich euch wegen was anderem eigentlich zeigen wollte hier haben wir 1100 seiten knapp wenn du dann abends im bett liegst da hast du dann auch keinen bock 1100 seiten buch hoch zu halten in solchen momenten finde ich es dann halt zum beispiel auch sehr gut auf das ebook zurückzugreifen also ja präferenz 1 ist natürlich print exemplar aber um sich das leben zu erleichtern bin ich ein großer fan von ebooks und weil ich das buch gerade schon in der hand hatte kommen wir gleich zur nächsten frage die nämlich auch dieses buch betrifft irgendwo was hältst du von gehypten büchern ja an und für sich bin ich kein fan davon jedes gehypte buch zu kaufen nur weil es die breite masse mag ich krieg ja auf der bookstagram in der bookstagram bubble oft mit welche bücher so hier und da öfter auftreten und welche meine mädels nenne ich einfach mal oder meine leute lesen und dann gibt es natürlich auch einige deren meinung sehr oft mit meiner übereinstimmt und dann gucke ich mir natürlich die bücher auch mal genauer an eins davon war zum beispiel das reich der vampire das wird auf bookstagramm übelst gehypt und da ich ja auch ein fantasy fan bin und j christoph sowieso ultra gut finde also seine bücher persönlich kenne ich ja nicht habe ich halt gesagt dass ich mir das buch dann auch zulegen werde ich habe es dann als ebook tatsächlich auch zur verfügung gestellt bekommen und nachdem ich es gelesen habe habe ich mir dann auch noch als print exemplar gekauft weil ich denke dass ich das buch auch irgendwann noch mal lesen werde und dann finde ich es auch einfach schön weil es mir sehr gut gefallen hat das buch im regal stehen zu haben dann gibt es aber natürlich auch gehypte bücher wo ganz bookstagramm ausrastet dann kaufst du dir das buch und dann denkst du dir das war den hype mal wieder nicht wert ich würde euch jetzt auch gerne eins in die kamera halten aber ich habe es verkauft weil besagte situation eingetroffen ist ganz bookstagramm hat das buch gehypt und ich fand es einfach nicht gut und das war halt einfach schatten drohen und da kommen wir auch zu einer thematik die mich persönlich mega nervt wenn bookstagrammer bücher schreiben an und für sich finde ich das mega ich meine ich habe selbst ein buch geschrieben zwei aber ich habe manchmal so das gefühl dass die großen bookstagrammer rausgezogen werden hey du hast du nicht lust ein buch zu schreiben und dann kriegen die halt direkt verlagsvertrage und schreiben ein buch und das klingt auch super spannend aber in der ausführung ist es mega käse schatten drohen war leider nicht das einzige ich habe mehrere solche bücher von bekannten booktuber oder bookstagrammern die ich einfach nicht gut fand und mit dieser meinung stand ich dann auch nicht alleine da und da denke ich mir dann halt auch ja will dann der verlag nur die reichweite abgreifen oder finden die das manuskript und das buch wirklich gut das ist halt die frage und da gehen halt die meinungen auch auseinander und das ist völlig in ordnung so aber ich persönlich mich nervt diese thematik die nächste frage was hältst du von self-publishern oder self publishing ja ich habe das ja auch gerade schon erwähnt dass ich selbst zwei bücher geschrieben habe und die im self publishing rausgebracht habe und dementsprechend mag ich selbst publishing natürlich kann man da auch mal auf die schnauze fallen weil sind wir mal ehrlich da kann wirklich hinz und kunz ein buch veröffentlichen und da muss da drin gar nichts stimmen also das kann komplett optisch aus dem raster fallen das kann stilistisch käse sein das kann rechtschreiben technisch furchtbar sein man steckt ja nicht drin du lässt zum beispiel ist bei bod einfach nur ein cover hoch und du lässt eine pdf datei hoch und dann hast du dein fertiges buch in der hand ob das jetzt gut ist oder nicht sei mal dahingestellt ich bin halt ein kleiner perfektionist ich will halt alles anständig haben und gibt mir da auch mühe und selbst bei mir haben sich fehler eingeschlichen sowohl beim cover als auch beim text also wir selbst publisher sind halt auch nicht perfekt und man hat halt auch nicht immer die möglichkeit sich ja wie bei einem verlag 1000 leute zu rate zu ziehen das kostet halt direkt extrem viel geld aber um die frage zu antworten ich bin eigentlich pro self publishing die nächste thematik was hältst du von einem hohen sub ich habe aktuell einen sub um die 80 bücher also ja irgendwie komme ich auch von der zahl nicht runter ich denke das ist auch so ein gutes mittelfeld mit tendenz zu hoher sub also wenn ich jetzt in meinem freundeskreis so rum gucke da gibt es alles mögliche von 20 büchern bis hin zu 150 büchern und derjenige mit den 100 fast 150 büchern schaut auch regelmäßig meine videos diejenige und wir hatten mal eine abmachung dass sie gerade bei 103 war und dass sie sich erst ein neues buch kaufen darf wenn sie unter 100 ist und jetzt sind es knapp 150 wenn ich das richtig auf dem schirm habe aber ja diejenige wird sich jetzt angesprochen fühlen und liebe grüße gehen raus aber an und für sich finde ich einen hohen sub nicht schlimm weil ja man hat halt immer irgendeinen buch griffbereit auf das man gegebenenfalls auch bock hat weil bei 80 büchern ist die auswahl halt relativ groß da ist new adult dabei da ist fantasy dabei da ist romantische dabei da ist was eher kindliches dabei da ist was ernstes dabei also du kannst du wirklich sagen ich habe gerade bock auf eine vampir geschichte und dann ist bei 80 büchern in der regel irgendwo eine vampir geschichte dabei du kannst sagen ich habe gerade bock auf eine richtige liebesschnulze und da ist mit sicherheit irgendwo auch eine liebesschnulze dabei also in meinem sub wenn ihr jetzt gerne thriller liest dann ist da vermutlich dann in eurem sub auch ein thriller dabei ja ich versuche natürlich den sub etwas runterzuschrauben ist klar das ist wahrscheinlich das ziel eines jeden bookstar grammars und booktubers aber wir haben gerade festgestellt wie viele tolle bücher im september rauskommen und im oktober ist halt wieder buchmesse da steigen die neuerscheinungen in der regel immer von daher wird das mit dem 80 vielleicht im august klappen aber spätestens im september ist er wieder über 80 die nächste frage wurde mir sehr 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 oft gestellt was hältst du von farbigen buchschnitten ja und da ist meine meinung auch eigentlich positiv aber mit so einem kleinen negativen aspekt als positiv ist auf jeden fall dass die bücher besonders sind dass die bücher wunderschön sind in der regel ich meine das ist auch wieder meinung der eine findet den buchstuhl schön der andere findet ihn halt nicht schön aber ich kann jetzt mal zum beispiel nur drei zeigen bei denen der buchsschnitt nur in der ersten auflage also glaube ich zumindest vorhanden ist auch wenn das jetzt aussieht wie rot grün blau die bücher gehören nicht zusammen das ist einmal nämlich hier die solastasia reihe ich glaube ich so heißt also so würde ich sie jetzt mal betiteln die haben auf jeden fall in der ersten auflage diesen buchsschnitt und dann hier das neue eroken aus dem kasten verlag mit diesem wunderschönen erst auflage buchsschnitt da finde ich die buchstunde alle drei super schön aber dieses erst auflage limitierte buchsschnitt aktion finde ich hat immer so du musst das buch jetzt kaufen weil wenn du dann später das buch kaufst dann hat es keinen buchstück mehr du bist da so ein bisschen unter druck die das schönere buch zu kaufen und das finde ich halt ja hat so einen negativen touch dann gibt es wiederum bücher die haben keinen buchsschnitt in der regel aber momentan sprießen die custom buchsschnitte irgendwie aus dem boden da gibt es einmal die bücherbüchse die da zig wunderschöne buchsschnitte macht wie zum beispiel den hier von der cards of love reihe beispielhaft beispielweise beispielhaft beispielhaft und dann liegt hinter der kamera einmal auch noch die chest of fandoms die natürlich auch ständig wunderschöne buchsschnitte rausbringt auch wenn ich die eigentlich nicht kaufen möchte aber bei so ein paar büchern habe ich sie und liebe sie auch und zum beispiel hier welche grausame gnade das steht auch so im regal weil ich das einfach super schön finde und wenn ich das richtig weiß wird bei band 2 auch wieder ein chest of phantoms buchsschnitt dabei sein und da ist nämlich der arm von einem mann und ich gehe mal davon aus dass der zweite band buchsschnitt den mann beinhaltet schätzungsweise ja ich finde es super schön aber ja es ist halt so ein cash grab kann man eigentlich so nennen ich meine bezahlt nichts extra für den buchsschnitt aber man ist halt gezwungen zu agieren und jetzt schon zu kaufen das buch obwohl man genau weiß dass man zum beispiel jetzt noch gerade drei vier bücher auf der leseliste hat und dieses buch so schnell nicht lesen wird die nächste thematik oder die nächste frage war was hältst du von büchern deren autoren du nicht magst und ich weiß auch genau wer diese frage gestellt hat weil diejenige mich immer auslacht wenn ich sage ich mag die autorin nicht und deshalb kaufe ich dieses buch nicht aus auch wenn es mir thematisch gefallen würde ich nenne jetzt keine namen das habe ich schon mal in meinem video gemacht und danach wurden die beschwerden groß warum ich sowas sagen könnte über jemanden ich enthalte mich jetzt einfach welche autorinnen das sind aber ich lese deren bücher nicht und ich weiß auch nicht warum die also doch ich weiß schon warum die autorinnen mir nicht sympathisch sind aber ich weiß nicht warum ich das so auf die bücher projiziere ich sagte nein ich will dieser person kein geld geben nichts von meinem hart verdienten geld abtreten möchte ich nicht und ich bin da einfach komisch keine ahnung aber ich denke mir dann wenn du in der schule sitzt und du kannst deinen schulnachbarn nicht leiden und der hat hunger dann gibst du mir auch nicht dein pausenbrot und so geht es mir dann halt auch mit den büchern das ist eine banane aber ich bin dann halt einfach so kommen wir zur nächsten frage die da gewesen wäre was denkst du über bücher einer reihe die allerdings anders aussehen ja auch das ist wieder so eine monk frage kann man mögen muss man nicht es kann einem egal sein aber ich zum beispiel finde dass alle bücher einer reihe das gleiche format haben sollten die gleiche struktur haben sollten die gleichen emblem haben sollten bestes beispiel ist aktuell die reihe von katinka engel da sind die ersten drei bände ich glaube bei pipa erschienen und bei denen hat sich mittlerweile ein unterlabel gebildet für den bereich new adult und liebsroman oder sowas der everlove heißt das heißt die ersten drei bände sind mit dem pipa logo ausgestattet und bei band vier steht everlove drauf würde mich persönlich in den wahnsinn treiben sie hatten da letztes auch so ein lustiges reel hochgeladen was du tun kannst wenn ein buch nicht in die reihe passt und da haben sie was drüber geklebt dann haben sie das eine buch quer gelegt und ihr müsst auch mal gucken auf dem pipa kanal bei instagram ich habe mich kaputt gelacht aber ja mich würde es auch stressen und ich habe auch eine reihe hier bei der das auch so ähnlich ist oder bei der mich auch was stört aber ich sie trotzdem halt habe weil das zweite buch gerade erst erschienen ist und ich das gerade tatsächlich auch lese ähm ja still missing you war ja mein oder ein oder ist ja eines meiner jahres highlights aktuell und jetzt kam gerade still wanting you in der regel die haben ungefähr die gleiche farbschematik das gleiche farbschema aber ich kann heute nicht reden es tut mir leid wortfindungsstörung und die passen auch so nebeneinander sieht super schön aus aber jetzt zeige ich euch mal die rücken bin ich die einzige die sich daran stört dass hier diese diese braune schattierung von vorne mit übernommen wurde und hier das alles so furchtbar hell ist keine ahnung also mich persönlich stört das extrem und ja ich finde die bücher toll und die werden auch für immer und ewig wahrscheinlich hier stehen bleiben weil ich sie so toll finde aber die buchrücken seht halt zusammen echt scheiße aus sorry wenn ich das so hardcore sage aber das sieht nicht gut aus last but not least kommen wir zur letzten thematik die da heißt was hältst du von kaufdruck auf bookstagram ich habe erst überlegt wie die frage gemeint ist aber ich gehe mal davon aus dass die fragestellerin meinte dass man auf bookstagram immer riesige shelfys sieht und riesige buch sammeln und jeder hat irgendwie so viele tolle bücher und die bücher regale sehen so gut aus und die sind so voll gepackt und so viel deko und hast du nicht gesehen dass man selbst denkt ich brauche jetzt noch eine lichterkette ich brauche jetzt noch eine funko figur ich brauche jetzt noch eine schneekugel ich brauche noch dies seljenes oder dieses buch dieses buch dieses buch das hat irgendwie jeder im regal stehen ich brauche es auch ich denke dass dieser kaufdruck gemeint wurde und da kann ich einfach nur sagen lasst euch nicht so stressen mein gott es ist ein hobby das spaß machen soll und nur weil person x y z jetzt ein wunderschönes regal hat mit 50 fächern musst du das doch nicht auch kaufen wenn es bei dir einfach nicht reinpasst dann musst du nicht auf biegen und brechen gucken dass es passt und wenn du jetzt zum beispiel auch nicht so viel geld hast um dir alle bücher die du möchtest zu kaufen es ist nun mal einfach ein teures hobby und man kann halt nicht jedes buch kaufen es geht mir genauso ich meine ich habe zwar einen hauptjob aber das ist halt auch wie ihr wisst keine vollzeit stelle mehr eben weil ich meine zeit auch viel mit maler verbringen möchte da verzichte ich auch gerne auf ein bisschen geld aber in manchen monaten kann ich mir auch nicht fünf bücher kaufen es ist nun mal so gerade aktuell es wird alles teurer jeder hat angst vom winter was gaspreise et cetera angeht da überlegst du halt dreimal ob du dieses buch jetzt unbedingt brauchst oder nicht und manche von euch sind ja auch in der ausbildung verdienen auch einfach noch nicht so viel wie jemand der ausgelernt ist und das ist auch gar nicht schlimm und für diejenigen finde ich halt zum beispiel mit diesen gebrauchten büchern und mängelexemplaren super gut oder ja die jüngere generation lässt sich da vielleicht auch ein bisschen mehr stressen als ich alter habe aber selbst ich ertappe mich manchmal dabei wo ich sage ja ich hätte auch gern dem sein oder ihr bücher egal geht halt nicht da müssen wir halt einfach alle drauf klarkommen und noch mal es ist ein hobby es soll spaß machen wir wollen uns an den büchern erfreuen also lasst euch einfach nicht stressen und mit diesen worten beende ich jetzt auch mein video wünsche euch eine schöne lesezeit wünsche euch noch einen schönen sonntag und hoffe wir sehen uns auch beim nächsten mal wieder tschüss